Und damit herzlich willkommen zurück zu Heal Fakti News HD, der Sendung mit den Transfers, den Transfergerüchten, dem allgemeinen Transfer-Talk und natürlich mit mir, Heal Fakti. Und jetzt gehen wir mal in die Bundesliga, beziehungsweise die Bundesliga ist ein Teil davon, von Alvaro Morata schon länger auf dem Schirm von VfL Wolfsburg. Klaus Allers hat ja gesagt, der möchte ihn unbedingt haben. Ja, es wäre auch schön, wenn er den kriegen würde. Ich glaube, Real Madrid will jetzt nicht so viel Geld für ihn haben und er würde Bundesliga guttun und dann noch Lukaku zum VfL Wolfsburg und dann hätten die einen Traum-Bundesliga-Sturm, den es so auch kein zweites Mal gibt. Ja, warum das Ganze sehr realistisch ist, ist, Morata hat schon gesagt, beziehungsweise hat es Carlo Ancelotti gesagt, der Trainer von Real Madrid. Morata wird auf jeden Fall gehen. Ob per Laie oder Festverkauf wurde da nicht erwähnt, aber außerdem ist ja auch so im Nebensatz vom Ancelotti gesagt worden, dass er natürlich immer noch Interesse an seinem Wunschspieler Luis Suarez hat, dem Uruquire, auch bei der WM dabei. Und wenn der Transfer über die Bühne geht, dann ist, denke ich, Morata komplett verloren in Madrid. Ja, erstmal hier ein bisschen wach werden. Ich nehme ja früh wieder auf, wie immer. Was mich jetzt interessiert ist, was ihr so denkt, wären zum Beispiel, wenn beide kommen, Lukaku und Morata ein super Sturm für Wolfsburg, oder sagt ihr, Wolfsburg hat da keine Chance, Morata schnappt sich eher Juventus oder AS Rom oder schieß mich tot, und wäre Luis Suarez der Richtige für Real Madrid? Pipapo, einfach mal eure Meinungen in die Kommentare schreiben und vielleicht wird daraufhin eine Transferwelle losgetreten, denn Liverpool braucht dann auch einen Sturmersatz. Gut, Lampard ist jetzt da hingegangen, aber ob der Suarez ersetzen kann, das ist eine andere Frage, denn der Suarez ist schon ein anderer Spielertyp. Von daher einfach mal fleißig Kommentare schreiben, das Video bewerten und wir sehen uns in den nächsten Transfer Talks. Ich freue mich auf euch und auf eure Meinung, wünsche euch einen schönen Tag und sage bis dahin, ciao, ciao, vorher Hilfe. Wir haben den Kopf, Reus, Feuer, Linie, Tor, 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 Tor! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020